Oh mein Gott, hier ist so viel Lava, das glaubst du gar nicht. Komm, hier auch, okay. Oh, oh. Achtung. Da machen wir mal lieber zu, die Döhnchen. Ich bin in Diana Jones. Äh, ich bin schon. Ja, ich bin in Diana Jones. Ich bin schon verdient damit. Weiß ich nicht. Sagst du es mir. ETF, wieso ist die Lava so verkrüppelt? Wieso ist hier überhaupt so viel Lava? Das macht alles keinen Sinn. Mach mal noch die restlichen Treppen. Nur noch für drei Reihen habe ich nur noch. Ich hab nur noch sechs Stück. Ich geh mal da auf die andere drauf. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Lol. Du geht auf einmal Musik an. Hero Brun. Oh ja. Gebt wahrscheinlich süßes Aufsinn. Ein Gericht, was hab ich getan? Hero Brun. Jetzt ist schon wieder weg. Hero Brun. Ihr geht sich wie du dort. Hero Brun. Oh mein Gott. Tommy, komm mal hier hoch. Wie viel Spinn ist das? Lettes ist Hero Brun. Aber so öfters ist hier. Aber es ist ja gut, äh. Hero Brun. Okay, gleich höre ich auf, um der Hölle rumzulaufen. Was passiert, wenn ich jetzt in die Lava fliege? Dann bringen wir die um. Ja. Okay, mach mal. Da müsste ich meine Welt da drüben. Wo ist hier ist? Obwohl, da müsste eigentlich ohne mich weder spielen, oder? Ja. Also, wenn einer stirbt, dann machen ja die anderen beiden weiter. Aber wenn zwei sterben, dann nicht. Ende im Gelände. Oh ja. Aber ich hab ein Gelände wahr. Jetzt weiß ich, woher komm. Ich hab keinen Plan, wo ich bin. Ah, weil die einen Livestream offen haben. Aha. Äh. Fug. Ich hab keinen Plan, wo ich bin. Du bist Ender, Jena Jones. Ja, ich glaub, oh. Wieso geh ich eigentlich auf Höhlentour? Wieso nicht ihr? Wieso gefällt ihr nicht euer Leben? Weil ich schon unser Essen mach. Ja, und ich, 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 ich mach gar nicht, ich guck, dass das alles reibungslos abläuft. Du, äh, du trägst die Verantwortung, gell? Okay. Ja, genau, Tommy. Wenn irgendjemand, irgendjemand verantwortungsbewusstes muss, das muss ich ja machen. Vor allem Tommy. Äh, was geht mein Name? Einfach mal, äh, Rett auf ein Render im Namen sagen. Gettina, Katharina, Bettina, Katharina, mich zu schlagen. In, Diana Jones. Äh, nee. Oh, das Skelett, ah, es hat mich echt getroffen. Oh, ein ganzes Herzenleben ab. Ja. Das war mein Herz. Jetzt bist du auf dem gleichen Stand wie ich. Herzlich willkommen. Ja, ein halbes Herz hatte ich ja schon noch anfangs schon weg. Ja, und jetzt hast du zweieinhalb weg, also hast du hier zwei abgezogen. Insgesamt, ja, das Skelett nicht. Mensch, das ist ein Knochenjob. So, erst mal schön fackeln. Marcel, hast du auch fackeln? Wo fischst du überhaupt? Ja. Los, tripmining. Toll, das habe ich gleich wenig Herzen wie der Tommi. Komm, Tommi, das kannst du noch toppen. Komm, du musst immer vor mir sein. Du musst immer weniger Herzen haben wie ich. Was passiert dann, wenn du tot bist? Dann hast du minus ein Live. Hammer, gell. Ja, sicher. Du, für allem. Wohl eher Lava. Bist du ein bisschen du mein Ding? Mach was Besseres. Ja, was soll ich machen, ne? Ja, Tommi, der Hasch, aber gut. Kohle abgebaut. Hat Hälfte stehen lassen. Teil der Beide auf Höhlenspedition oder wie? Ne. Äh, ja. Ja, nein. Kannst du sagen. Ich baue hier nur kurz die Kohle ab. Und hier Tranko. In dem Cave von mir. Nein, ich von hier. Nein. Bei uns, whatever. Okay. Ich habe hier irgendeines, ähm, in Lava Feld, wo ziemlich strange ist. Du bist strange. Ich weiß. Ja, ich kenne dich nicht mal, in real life. Und der Masse darf es eigentlich auch nicht. Der kommt ein Berater von 1 und 1. Ja. Oh, ja. Ich habe hier jetzt schon. Und so, aber... Ich wäre um ein Handel aber geflogen. Du, da ist Eisen, aber da ist gleichzeitig auch Lava. Das heißt, ich komme da nicht hin. Jetzt ist deine Fledermaus, jetzt habe ich Schiss. Ja, die frisst ich. Fledermaus. Ja, die frisst dich gleich. Die macht 5 Herzen Damage. In 0,1 Sekunden. Ich gehe jetzt hoch. Ich, ich, ich verpiss mich jetzt. Ich habe Angst vor der Fledermaus. Jetzt habe ich Albträume. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Also. Du musst doch gar nicht schlafen. Schlafen wird überbewertet. Ein Block in die Wand gebaut und Instant Kohle. Ich dachte schon, Tiers. Oder hell bin ich. Ja, da würde ich einen Schrei lassen, dass es ne Morgen geht. Jetzt habe ich eigentlich noch keine Dias gefunden ist. Voll OP. Du bist OP. Ich weiß, dass ich OP bin. Gar nicht. Er hat gesagt, dass du OP bist. Äh, du. Marcel hat es auch auf Video. Nee. Echt hat er es auf Video? Ich soll aufnehmen. Nö. Ah, okay. Ich dachte, wir spielen privat. Dachte ich auch. Deswegen bin ich auch so professionell. Ach, deswegen hast du auf Raps auf, oder? Ja. Ja, dass es in der FPS-Anzeige sieht. Gibt man auch nicht mit F3 oder so. Das ist viel zu anstrengend, F3 zu drücken. Ich muss auch mal so die Treppen runterlaufen. Das ist echt hab ich los. Ich hätte schon gedacht, er kriegt Damage. Der kommt die so schnell runter, dass er springt und der Damage bekommt. Was ist da so lustig dran? Hä? Also, der Mensch bekommt. Ah! Was sind meine Optionen? Wie? Was sind meine Optionen, dass ich wieder ein Leben komme? Heiltrank oder Apfel, oder? Ja, goldener Apfel oder goldene Karotte. Und für einen goldenen Apfel braucht ein Goldblöcke, oder? Nein, Goldbarren. Barren. Echt? Oder die geht uns nicht mit dem Goldding. Ich fange an auch mit den goldenen Nuggets. Nein. Es war früher. Wir haben ganz oben eine Steinküste. Ja, also rein theoretisch können wir uns mindestens zwei goldenen Apfel machen, weil ich hab 20 Gold. Ja, die kann ich beide noch Snack. Ja, ich würde einen fast essen, wenn ich fast kein Life mehr hätte. Ja, so würde ich so. Ja, aber... Ich hab kein Plan, mich hier wieder rauskommen. Ach, da, glaube ich, oder? Mach mal, geh dir vor. Ich komm. Ja, ja. I'll be back. Wepper? Ne, Kripper nicht. Ich bin jetzt hier oben in der Höhle. Oh, es ist jetzt oben. Hey, da, Kripper! Komm, komm rein, komm rein, komm rein. Äh, ich hab so Schiss, dass er mich sieht. Ja, komm einfach. Ähm... Tchoo... Hey, da stehen wir dann in eurem Haus und klaut euer ganzes Zeug. Oh, dürfen wir den schlagen? Döö. Warte, hier hast du das Spiel, danke. Und noch eine. BGF? Ja. Wieso ich? Weil du. Weil du. Schau mal, meine Ausbeute an, ist voll heftig. Es kommt alles da oben rein. Also ich verwende dann mal den Sattel, okay? Nein. Es gibt einen Erfolg, das Laschet sein. Echt gibt es einen Erfolg? Ja, wenn man mit dem von der Klippe springt, ich glaube, ich. Ja. Ist so. Ist so. Ist so. Ja, ist so. Geil, man kann auch Holzzeug verfeuern. Der heißt, wenn Pigs fly. Geil, da ist ein Creeper. Oh. Gibt doch gar nicht. Wo ist der ein Creeper? Da ist ein Creeper, aber der ist nicht in der Nähe. Ich habe einen Eimer, fällt mir gerade auf. Warum hast du einen Eimer? Ähm, hier, dann ist eine Küche. Kannst du nicht, du hast keinen Eimer. Doch, ich habe einen in der Hand. Aber meiner glänzt mir. Denkst du, der Creeper ist weg? Ist er weg? Ja, der ist weg. Hahaha. Schnell. Müssen wir einen Wall bauen. Dann ist ausleuchtend, dann eine Burgmauer bauen oder so. Ja, das mach mal. Aus Koppel. Ja, das mach ich. Ja, mach das. Ich mach.